Was ist das für ein Tier, die Gier? Es frisst in mir, es frisst an dir, will mehr und mehr und frisst uns leer. Wo kommt das her, das Tier, und wer erschuf sie nur, die Kreatur? Wo ist das finstre Höllenloch, aus dem die Teufelsbestie kroch, die sich allein dadurch vermehrt, indem sie dich und mich verzehrt? Und wann fängt dieses Elend an, dass man genug nicht kriegen kann und plötzlich einfach so vergisst, dass man noch längst gesättigt ist und weiter frisst und frisst und frisst? Und trifft dann so ein Nimmersatt auf jemanden, der etwas hat, was er nicht hat und gar nicht braucht, dann will er es auch. Wie, das soll es schon gewesen sein? Nein, einer geht bestimmt noch rein. Und überhaupt, da ist doch wer, der frisst tatsächlich noch viel mehr. Und plötzlich sind sie dann zu zweit, die Gier und ihre Brut der Neid. Das bringt mich nochmal ins Grab, dass der was hat, was ich nicht hab, dass der wo ist, wo ich nicht bin, das will ich auch, da muss ich hin. Warum denn der, warum nicht ich, was der für sich will, ich für mich. Der lebt in Saus und lebt in Braus mit Frau und Hund und Geld und Haus und hängt den coolen Großkotz raus. Wahrscheinlich alles auf Kredit und unser einer kommt nicht mit. Der protzt und prallt und strotzt und strahlt, wie der schon geht, wie der schon steht, wie der sich um dich selber dreht. Und wie der aus dem Auto steigt und aller Welt den Hintern zeigt, blasierte Sau. Und seine Frau ist ganz genauso arrogant und dekutant. Und diese Plagen, die es wagen, die Nasen so unendlich hochzutragen, da hört aber auf der Spaß. So kommt zu Neid und Gier der Hass. Und sind die erst einmal zu dritt, fehlt nur noch ein ganz kleiner Schritt, bis das der Mensch komplett verroht und schlägt den anderen halb tot. Und wenn ihr fragt, wer hat ihn bloß so weit gebracht, das hat allein die Gier gemacht.